Krass, nur 2% wissen um welches Land es sich hier handelt. Heute ist das nächste Land für unsere Weltkarte dran und ihr seid gefragt, um welches Land handelt es sich hier? Eins kann ich verraten, aus diesem Land kommt der beste Fußballer der Welt. Außerdem, welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir diese Farben miteinander vermischen? Wie in jedem anderen Farbmisch-Video geben wir euch einige Hinweise. Es ist eine helle und beruhigende Farbe entstanden, die eine frische und saubere Atmosphäre erzeugt. Und der Name des entscheidenden Farbtones heißt genauso wie der zweitlängste Fluss Europas. Es ist Donau 12, also unsere Abonnenten wussten schon vornherein, um welches Land es sich handelt und welche Farbe am Ende entstehen wird. Aber hey, es ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Wir geben dir einen weiteren Tipp, um welches Land es sich hier handelt. Es ist das zweitgrößte Land Südamerikas und wie gewohnt könnt ihr entscheiden, welches Land wir als nächstes dran nehmen sollen. Kommentiert einfach mit euren Ländervorschlag. Und nicht vergessen, wir nehmen nur die Vorschläge unserer Abonnenten an. Deswegen solltest du jetzt diesen Kanal abonnieren. Welches Land als nächstes?